Also wenn ich, wenn ich... nur wie du wie du wenn ich mal volles abhaue dann ist es meist aus dem grund wenn der killer no one escapes das hat dann dann schrumpfen auch meine eier auf erdnussgröße dann bin ich weg ganz 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 ehrlich no one escapes des von killer verhindert team play und somit auch punkte für den killer muss ich also gut überlegen wenn er das nimmt wenn er das gilt macht sinn bei rang 1 juken den überlebenden da macht das sinn um überhaupt irgendwie jemanden zu kriegen ja aber in der regel macht das team play verhindern und sorgt er dafür dass der kinder noch weniger punkte bekommt als er eigentlich bekommt der hatte perks und das hätte ja keine hinterhältigkeit gehabt die hinterhältigkeit die hat uns gefickt also er hatte mindestens hinterhältigkeit aber sein bild war auch dafür ausgeht dass er kennt das ist auch von den blickern so gewollt hinterhältigkeit wenn du sechs sekunden stehen bleibst machst du keinen herztlopfen davor sachen und ein enormes schreien wenn wenn dann überleben an der blickfeld läuft diese woche kam kein update ja ja ich weiß dir gesagt jede woche ausbringt ich vermute das nächste update wird vor dem dreizehnten siebten kommen 13 4 7 da ist saison saison neustart das mal wieder an 20 ich vermute mal vor bevor das passiert wird das update kommen und also maximal drei tagen wird ein update kommen ob das dann schon level edit inbegriffen irgendwas verändert wird weiß ich noch nicht aber ich vermute mal ja vermute mal ja alles klar würden dann die hakenkreuze sollen noch nicht gepostet werden da da gebe ich meinen was dann im bannen 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 hartenkreuze bannen 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 wer den insider kennt er kann mit lachen ansonsten lustiges video youtube an den bannen bannen dann fragen erst wann dann fragen mods haben regelfrei bannen 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 das ist stefan eindeutig ich mag den ich mag stefan ich mag den wirklich und was er da gesagt hat es hat so schön saison gepasst würde ich sehr gut gepasst ich habe echt pech oder leider wir haben den kettensägen mann vermute ich mal bin ich ganz sicher aber ich glaube wir mit kettensägen mann bin aber nicht ganz sicher auch meine büße Entschuldigung! weit ich komme mein kollege da bin ich na ja falsche seite story ich habe ich verarscht ja 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 Er will mich aber jetzt auch nicht haben, ja? Ja. Das ist ein hartnäckiger Killer, du. Hab ich noch nicht gehabt, dass er so hartnäckig ist. Böde, dass er mich erwischt hat. Ich könnte das Ewigkeiten machen, aber er hat mich einmal erwischt. Nee, noch nicht erlebt, dass jemand so hart hinter mir hinterher ist. Das ist ein hartnäckiger. 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 Mach dir mal bitte ein Tor auf oder so. Alter, ihr habt noch niemals einen Killer gehabt, der mich so krass verfolgt. Das ist der Palettenmassaker, ja. Ich habe noch niemals einen Killer gehabt, der mich so krass verfolgt. Ja, ich weiß, er sieht meine Spuren, ist mir auch klar. Aber ich habe auch keinen Sprintboost, ich habe nichts, um schnell wegzukommen. Ich wollte einmal nur Distanz schaffen. Ich wollte Distanz schaffen. Und er habe ja trotzdem verloren. Entweder man aufgegeben hat, er ist gerade hier. Soll er diesen Ausgang kurz überprüfen. Sind die Ausgänge gerade dicht beieinander? Also er ist genau unter der Ecke. Also ein Ausgang ist bereits offen. Also er will diesen Ausgang haben. Soll er haben. Er überwacht diesen Ausgang. Soll er machen. Habe ich viel gemacht, ne? So generatormäßig habe ich nicht viel gemacht. Sollen er den Ausgang? Sollen er werden? Sollen er es mir auf den? Sollen er impressionsiv. Sollen er werden nicht zufrieden. Sollen er werden. Sollen er werden. Sollen er in den Auge. Mein Gott, Hobo-Chan, was macht denn der? Okay, er hat den einmal erwischt. Ich hoffe, er haut jetzt ab. Was macht der Hobo-Chan? Vor allem, wo ist der überhaupt? Er hat den sich geheilt. Ich weiß nicht, wo der ist. Was ist mit diesem Hobo-Chan los? Jetzt ist er im Jukehaus. Mal gucken, was da passiert. Ich bleib mal hier dran im Spiel. Was macht der Killer hier? Was macht der hier? Nee, ganz ehrlich, was macht der Killer da? Ich halte es gerade für unmöglich, mich gesehen oder gehört zu haben. Unmöglich. Muss ein Zuschauer sein. Was hat der Killer da gerade gemacht? Nee, da ist kein Generator und so weiter. Ja, Hobo-Chan, tut mir leid. Ich glaube, das sind Zuschauer, Leute. Nee, der hat nicht die andere. Die andere war im Haus. Die andere war im Haus. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie der mich gerade gefunden hat.